hallo und herzlich willkommen zu hand showdown neue charaktere aber alte also alten alte karaktere also nicht nur neue alte sondern es checkt noch keiner was ja ich habe es auch gerade gemerkt ich habe selber nicht gecheckt was ich da aber ich hasse es hallo ich bin hier er schießt mich ich wollte nur mal gucken dreht sich richtig schön hin du willst mich doch verarschen ich hätte es beinahe geschossen was ist gut gesehen der rock ist hochgerutscht exklusiv in einer auch jetzt rein was willst du da was oder ist der hinweis ich werde voll vorbeigelaufen hast du dir wir müssen die da lang ich bin froh dass wir gleich hier von den skapa lake weg sind weil das ist mit abstand eigentlich meine hass stelle also es gibt viele stellen die ich nicht wirklich mag wo ich sage muss hier es muss nicht unbedingt sein aber dort ich glaube da mir noch nie gewonnen irgendeinen kampf oder sonst irgendwas kann sich nicht bewegen ich meine allgemein zum fahrbar die stelle die ist schon holy moly auch sehr riskant das will kommen wir natürlich nicht nach oben oder das ist ein feuer direkt über uns um dem müsstest du dich kümmern ich habe kein schlag rein ja dann gehe ich hoch oder ich beschütze dich bisschen vor dem normalen zeug mal kurz jetzt runter gefallen warte kraft die kasse ja ich habe mir krass geöffnet schnauze so war der zweite hätten wir auch das verschwunden weil hier waren zwei hinweise ja aber es ist oftmals so dass der aber da weiß eigentlich eh schon wo er ist ja wobei jetzt gerade gäbe es noch zwei optionen weil wir sogar überlaut sehr lauter schüsse es ist nicht gehört ein schuss vielleicht kommt ihr auch hierher um hier ich überlege auch gerade kurz abwarten und die näher kommen oder nein runter gefallen ich komme die leite wieder hoch es hört sich so an als für die schon kämpfen gegen schlechte ja ich wollte auch gerade sagen ich glaube wir sollten uns eigentlich einfach nur weiter bewegen richtung nächsten hinweis wo sind ja vor uns ja dann springe ich da jetzt runter alter ich habe eigentlich ziemlich viel schallfaden wirkung schall fahr schall fahr doch schall ja der war nicht schlecht neologismus ja da hinten ist eine andere spieler ich wollte jetzt nicht schießen das ist auch der hinweis der ist vor gerannt und wieder zurück die sind monster das ist das monster es ist sicher dass es monsters wiegt sich nicht mehr der bleibt das so stehen kein monster und anderer schießt auf mich hinter uns hinter uns ich bin tot der hat eine trufende gab auch einer tot ich bin tot ne ich bin tot nicht hast du gerade beide gekillt ja und die anderen von der anderen seite ne der andere war noch in dem scheiß ding ich lieg da hinten links ne falls du ich seh dich ich muss erstmal kurz weg dass du das überlebt hast oh die schütterne jetzt war das zum beispiel so ein Moment das fächern hat bei mir nicht funktioniert zweimal nicht ich hab extra immer nur zweimal geschossen so bäm 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 hat nicht funktioniert bei mir war der rückstoß aber auch extrem und äh ja er hatte direkt schrotflinte und ich war halt instant tot dann irgendwie hat er auf dich geschossen oder wie hast du gemerkt dass die hinter uns sind ne weil ich ja angeschossen wurde von vorne ne also die anderen zwei ja und dann wollte ich zurückrennen weil ich mich heilen wollte und dann sind die anderen zwei ja plötzlich da gewesen krass lol ich hab den nur in der hütte da oben gesehen oh nein wunde bitte halt einfach ich hätte mir meine normalen waffe schießen sollen ja aber das war so der ist auf mich zu gerannt eigentlich dachte das fächern vielleicht ganz hilfreich meinst du echt dass die da vorgehen wenn da so geballert wird ich weiß grad nicht ich bin hier gut im gestrumpen ja das stimmt boah das war heftig das war mal richtig sandwich mäßig ja das war und das war dann dein dein monster ich glaub das war dann doch ein spieler weil der ist relativ schnell nach links gegangen und hat stehen geblieben und dann ist er wieder zurückgegangen ach so vielleicht kann es sein dass wir vielleicht zwei andere Sachen angeschaut haben unterschiedliche Sachen ja den ich gesehen hatte der war ganz weit weg also der war relativ weit weg den hast du da noch nicht mehr gesehen und dann den hab ich eben auch gesehen aber ich hab den nur in schwarz gesehen also nur in Schatten also ich versteh dich schon dass du gesagt hast das ist ein monster glaubst du die der kämmt jetzt immer noch bei seiner Hütte da oben weiß ich nicht ich hab keinen bei der Hütte gesehen der hat nicht irgendwie angeschossen ja aber das war ja ich war ja dann bin ich weggelaufen da hat zu viel rumgeschossen was glaubst du da ja die werden jetzt kämpfen vielleicht denken die dass man tot ist versuch hinterm Busch zu bleiben wo gehst denn du jetzt hin ja ja ich versuch hier wo oben war bleib einfach hinterm Busch da so geduckt das ist ein Hügel direkt beim Gebüsch stellen oh Alter die sind direkt neben uns oh Gott so erstmal bei der Blünde erst mal heilen gut also die hört sich sehr nach Schrotchen an äh die Hunde ja die Hunde da können wir vielleicht nicht langlaufen oder da machen wir die schnell nachkundermäßig warte ich lockst immer kurz her ja fuck ah Leute die sind direkt da drin kommen die könnte man pushen obwohl ne die sind es doch so leicht zeitlich aber jetzt ist halt also jetzt hören sie es wenn man mal gegen die Hunde kämpfen und die sind jetzt fett im Vorteil die haben scheiß scheiß Schrotchen ne ich hätte schießen sollen weil ich die Martini Henry gehabt hatte und da hätte ich auch direkt vielleicht ein Kill gehabt wo ist denn das jetzt eigentlich direkt vor uns wo du eh drückst ach so da aber ich geh jetzt hinten nachher rum um die Hunde anzugreifen nicht dass die uns dann rücken fallen ich lock's mal kurz her ich überleg gerade überhaupt ob wir noch äh die schlechte machen sollen oder ob wir die Hinweise von anderen sammeln sollen die werden das jetzt gut absichern ja das wird jetzt heftig da vor allem wenn die jetzt gleich das Zeug haben die Sicht noch ah das sind wieder Hunde gut so jetzt hallo jetzt habe ich vergessen die Messer zu holen so hallo ja ich überleg gerade echt ob wir vielleicht auch den anderen machen oh der Feuerteufel der ist aktiv den haben wir wohl aufgeschreckt oh oh aber der ist nur aufgeschreckt dass er der greift auf niemanden an 3 einer ist nochmal komm weg ok ja komm gehen wir oder gehen wir ins andere Gebiet hier oben oh oh Gott ich bin doof eigentlich oh nein 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 ich will bitte 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 oh das war knapp ich muss mich kurz hören ja ich muss mich kurz nicht aber vielleicht ist hier Heilung drin nö ist es nicht was ist hier oben ah hier ist ein Itemslot eine Verwandtasche perfekt ich habe geschossen wegen hast du die gesehen oder was ja der ist oben da auf seinem Balkon gehockt scheiße auf seinem Balkon ich habe ein Balkon oben so weit das hat aber irgendwie kein das hat jetzt gerade gar keinen Sinn vor allem der Ausgang sind unten und ja die können einfach hinten rauslaufen wir können eh nicht unterhört ne und wenn die uns jetzt auch noch immer sehen wo wir uns verstecken ja wo ist denn da nichts was ja da warte mal kurz bis wir weg sind so wow wow gibt es irgendwie noch monizieren monizieren ja gerade ich finde die Situation ist jetzt richtig 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 behindert oder oben ist was du mitnimmst ja ich weiß habe ich doch vorhin schon gesagt ja was habe ich denn gegen Giftspritze ne obwohl nein ich jetzt ne ne gut ich werde eh nicht vergiftet bei Mörchlern ne meinst du die sehen die orangen Punkte schon hier hinten eigentlich nicht oder die haben sie noch nicht mal aufgenommen das verstehe ich nicht das verstehe ich nicht wo genau saß der vorne ich habe keine Ahnung welchen Balkon du meinst eigentlich Moment ja doch so ich weiß nicht wie gut ich das markieren kann aber da das anscheinend dass andere spieler und das ist relativ nah eigentlich ne aber ich versuche hier mal ein bisschen rein zu ziehen oder glaubst du es ist vielleicht nur so eine granate kür kanade könnte auch durchaus sein wir wollen das grad irgendwie hinlocken das mal pushen oder so ne da ist einer verreckt ich weiß nur nicht gerade wo ne ich kann das grad voll schlecht einschätzen in dem Gebäude hier wahrscheinlich glaube ich das ist so laut meinst du da liegen auch die Boundys drin und so aber wenn du überlegst rechtsraben wo meist fällt wir haben trotzdem auch fast nicht dass wir jetzt von links eine Headshot kassieren weil wir von links aus voll ungedeckt sind ok 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 ja direkt Emot das macht nach Kopf wo da da ist grad einen umgekippt ja aber wie viel luck die haben komm komm kann doch nicht sein dass das nicht mehr kommt oder ich schau längs rum hä was was der hat grad direkt vor meiner Nase einen umgehauen kannst du mir nicht erzählen ich höre Schritte meinst du die haben uns auch gehört moment moment achso die haben jetzt beide das Ding wir sind bisschen hinter uns schauen nicht dass die da irgendwie rauskommen es kann doch jetzt nicht sein ich hätte schießen sollen verfickte Scheiße ich habe halt gehofft der läuft jetzt einfach weiter und ich kann ihn einfach mal herandrücken ich höre die ganze Zeit Schritte ich gehe aber auch ein bisschen so das kann doch nicht sein dass der da so laut ist und Leute die da mäht und plötzlich zack weg vom Erdboden verschluckt ehrlich jetzt was Mais fällt sind die rausgerannt what the fuck was hier grad abgeht theoretisch wenn du es einfach rechts und leise also schleichen hört man doch gut ne also ja ich weiß schon hab ihn boah er hat uns gesehen er hat gewusst wo wir sind krass krass aber ich kann mich jetzt nicht mehr heilen komplett also ich bin jetzt komplett hab alles schon hergenommen warte kurz wo bist du bleib stehen heil ich dich oder? gehst du besser? boah dankeschön bist du voll? ja ich bin voll danke holy shit aller wo ist denn der jetzt? wo ist denn seine Leiche? der hat uns irgendwie doch gesehen krass eigentlich aber in der Feuerteufel der läuft auch wo wie oh mein gott Feuerteufel da das explodiert gerade ja wo ist denn die Leiche? ich sehe den gar nicht wo hast du denn gekillt? ja ja schau halt lieber dahin ja alter der geht grad so ab ey der liegt lol der ist ein bisschen in den Hügel gepackt da liegt er der ist jetzt reingerannt der Feuerteufel achso lol der läuft immer nach oben ich hätte auch das tun oh ganz nah irgendwie hä was abgesägt äh weiß ich nicht getötet durch Zorngeist Stufe 8 äh lol was? alter ich versteh also grad die Runde die duckt man überhaupt nicht ich will eigentlich nur noch raus oder was ist ne Zorngeist? er hatte ein Visier drauf also es könnte weit sein aber es könnte auch es war so abgesägt was? dass natürlich ich wieder den Headshot kassiert ist aber wieder klar stehen direkt nebeneinander ziehen sie natürlich wieder auf mich ne die Runde die so komisch ne ich mag die überhaupt nicht die Runde die geht mir grad richtig tierisch auf den Keks bin nur im sterben alle Gegner sehe ich kann aber keinen anschießen ich sterbe die ganze Zeit wenn du mich jetzt wieder belebst Alter ich will nur raus da ehrlich weit weg und abwarten ach da stehst du was du hast da auch keine mehr lol ja ich geh mal davon aus dass sie die Sicht benutzt haben und uns anscheinend doch noch gesehen haben und einfach dahinter gezielt haben waren wir aber auch schön blöd eigentlich ne hm aber dass ich die nie sehe das ist echt das nervt mich dass ich die nie sehe die die Puppen die pushen mich doch jetzt nicht oder? laut Karte ne ich glaube nicht also du könntest vorsichtig ja gut aber ich war so im Freien ne irgendwie so ja die gehen runter glaube ich ich warte bisschen bis die zwei wechseln mhm mhm ja aber das wird schon einer von denen gewesen sein denke ich ich hätte es aber auch nicht gedacht dass die irgendwie nach Spielern gucken weil Monster und so das hat die überhaupt also gefühlt war doch jetzt hier wieder jeder oder? ja alle er guckt ja ein Assassin an da ist ja nichts passiert äh holy shit Alter und die Runde ganz ehrlich die war voll für den Arsch für mich ey zwei Tode kein Kill gar nichts nicht mal angehittet irgendwas das ist mal ganz blöd wenn die jetzt rausgehen könnte man versuchen den Meuchler zu holen ja ja das hat theoretisch ja aber ich bin jetzt schon zweimal verreckt ne ja jetzt habe ich gar kein Leben mehr fast ja dass man halt vielleicht bisschen Punkte kriegen dass du halt dann auch wieder hochheilen kannst und sowas am Ende steck dich hinterm Busch oder sowas du bist du bist doch ganz gut eigentlich boah aber ich kann dich nicht hören du kannst dich das ach lol ich hab ah ja doch der zwei ja das waren Gott sei Dank nur zwei kleine Balken die ich verloren also zwei große habe ich noch oh Gott sei Dank gut der Season ist relativ weit weg keine Ahnung ob die da jetzt versuchen noch den Meuchler zu holen wir könnten aber einfach so gesagt auf 90 links gehen den Hinweis holen ja vielleicht findet man da noch irgendwie Verbandszeug, Munition oder so also drei Team also ich bin ja voll ich konnte ja nie schießen weil ich immer nur direkt tot war ja ja gut gut also drei Team sind der blöd gesagt eigentlich schon tot oder ja und das vierte rennt jetzt grad zum Ausgang also wir sind das fünfte also wenn die jetzt raus gehen also wenn die jetzt raus gehen dann würde ich es mit dem Meuchler versuchen aber ich finde die Runde an und für sich selbst eigentlich mega scheiße deprimierend auch wenn wir jetzt auch wenn wir jetzt den Assessin noch kriegen und raus kommen ich fände die voll scheiße aber halt vielleicht einfach das Beste noch draus machen irgendwie ja ja das geht einfach nur darum dass ich nichts gerissen habe weil ich immer nur direkt Headshots kassiert habe beziehungsweise vorhin war glaube ich nicht mal ein Headshot aber das war halt die Schrotflinte direkt vor der Fresse umgedreht habe Schrotflinte in die Fresse tot krass dass du es geschafft hast heiden Respekt aber dann einmal ein bisschen gucken mit dir zusammen Headshot tot weißt du eher wie du mein Visier dran es nervt mich ein bisschen den wollte ich übernehmen hier sieht ganz stark danach aus als würden sie rausgehen ja aber ich kann ich auch verstehen nach so viel Aufregung sind sie froh einfach weg zu kommen naja vielleicht glaubst du ja auch das was verfolgen wollen oder so oh gottes oh nett kein Hunde alle ich möchte es irgendwie irgendwie entschießen da wäre auch Verbandszeugen also wenn du was verlierst habe ich nicht mach es gut oh oh hab nichts gesagt ich möchte mal kurz runter gucken zum Muni gucken ja weil Muni bräuchte ich echt aber eigentlich finde ich das schon eh krass dass wir überlebt haben ganze zeit waren wir irgendwo im irgendwie gefühlt immer Sandwich ja genau zweimal Sandwich unglaublich aber dass du das immer echt rausgerissen hast holy shit alter du hast so viele du hast eigentlich alle Kills gemacht ne ich glaub vier Kills hast du jetzt gemacht war das vier oder drei ich weiß es nicht aber das waren Auffälle vielleicht nicht wenig und alle hast du geschafft gut aber ich hatte irgendwie auch Glück weil ich mich nicht getroffen habe oder andere hat versucht Nahkampf zu machen ja das verstehe ich an ja das habe ich ja gesehen wie er einfach immer auf dich zu gehen oder sogar so schuss nochmal schuss ich hätte eh gedacht ich bin das tot also hätte Waffe gewechselt aber ich hatte ja nie die Chance irgendwie zu kämpfen irgendwie zu zielen oder sonst was einmal und da habe ich aber nicht gewusst ob das eine ist und ich wusste ob das welche da sind deswegen habe ich mich geschossen das war das was mich ein bisschen geärgert hat weil ich glaube das war einer hätte ich geschossen wäre der vielleicht auch schon weg gewesen aber dann hätten die anderen sofort instant gewusst dass wir da sind ja ja gut Glück sagt zehn Sekunden später haben wir es auch wieder kurz zu machen ja klar gut stimmt was machen die anderen sind die jetzt raus langsam ja ja die gehen nach oben glaube ich ja wahrscheinlich stehen sie noch mal im Ausgang so wie wir immer und überlegen ja vielleicht sollten wir den noch machen weil nichts passiert und am Ende gehen sie doch noch irgendwie die Hinweise einsammeln aber die Tante ist irgendwie die Tante ist irgendwie noch ein bisschen rum ballern denke ich ja die bleiben irgendwie dort ne nicht dass die auch für sie jetzt ein schlechter gefunden haben äh den Assessin boah das wäre jetzt bitter die sind direkt bei Cyprus hatte ja ja nicht dass die wobei gerannt sind das wäre jetzt das wäre jetzt echt bitter das wäre wirklich hart das wäre wirklich hart boah dann haben die aber richtig luck gehabt die Typis boah ja ich habe wenigstens bei allen dass wir noch einen Hinweis kriegen aber die ballern jetzt schon sehr viel ja das ist jetzt nicht dein shit ernst er wäre ein Ding zum Mundi auffüllen und so ich mache jetzt erst noch den Hinweis ach der ist gleich da drin offen ist er auch noch ah ja die werden die Hinweise mitgenommen haben ja ja das sieht nicht gut aus das kann doch nicht sein oder dass so ein Team so viel Glück haben können naja doch und ich glaube auch nicht dass die viel gemacht haben wir haben mich jetzt vielleicht einmal gekillt und die restlichen haben sich aber gegenseitig gekillt ne na nicht dein scheiß ernst aber die freut sich grad wie die Schnitzel ey oh ich überlege ich weiß gar nicht ob ich gegen die kämpfen soll irgendwie ist der mir grad zu schade und grad läuft es echt scheiße dann haben sie wieder volles Leben alles was sie verloren haben sind wieder ausgerüstet weil sie ja überall Medik finden bis wir da sind haben sie wieder die Sicht das ärgert mich was machst du da sorry ja wir könnten eigentlich das beste machen und einfach rausgehen ja aber ja ich weiß nicht und in der nächsten Runde ist versuchen ich überleg grad wie schlimm es für mich wäre wenn man die jetzt verkacken würde in der Runde ja ich weiß auch nicht und die Frage ist überhaupt ob die überhaupt kämpfen ne weil die könnten auch jederzeit irgendwie nach unten nach oben flüchten also ja ach ich weiß grad nicht ich hab kein gutes Gefühl sag ich dir gleich vor allem jetzt sind wir bei den Ruin-Kack-Dingern da du kennst das bei den Ruinen ja gut wir können gerne einen Ausgang ab-aimen aber das die sehen das halt ne musst du auch bedenken boah ist das laut Alter Leute ich frag jetzt gleich noch hast du geschossen oder was ja 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 dann ist sie schon lol die Tannen hat mich jetzt echt noch fast gekillt ja dann geh mal raus wenn du das jetzt schon so kacke lafft du hast gute Kills gemacht ah Gott was für eine Runde eine feige Runde irgendwie oh ne das ist natürlich Verbandszeug gewesen aber ich ja sind hier nicht auf der guten Position hier ich schau wieder alles im Wasser und so ist das wo wäre denn das überhaupt auch da hinten also dann beim oberen Ausgang jetzt einfach rausgehen oder ja überlege ich auch gerade oiojoi nee das war ich gerade nicht! weil du hast gute Kills gemacht das ist ja ein Wasserviech nee für mich war es zwar scheiße aber es wird nicht besser wie ich hab weniger Leben die haben dann dann wieder volles Leben egal was die verloren haben ne da haben die einfach mal richtig glück ja dann was den immer durchgehen ich frage mich ja irgendwie ob sie irgendwann mal krokodile oder sowas oder so eine art im spiel bringen also durch zum läuft das dann irgendwie am strand ich hoffe nicht die wasserpädels sind schon nervig genug das gerade schlüsse vor uns ne das waren schon die glaube ich hoffe ich oder wieso sollten die jetzt vor und schießt wenn ich vor uns aber wir haben einfach geschossen ist das so keine ahnung warum da heute wirst du auch hier können wir es volle fette beute machen aber irgendwie das stimmt eigentlich so eine gute farm runde könnte man daraus machen alle sind draußen ja sie nehmen die rausgehen ist sowieso sind beide ding raus alle profen wurden extra hier doch passt schon na gut dann raus da kann er nicht immer gewinnen ne das stimmt da hatten wir einfach mal richtig gut glück aber bei mir rausgehen da zufall noch vorbeikommen ja das eher dann aber vermutlich sein den auch noch zu killen ja gut das sind so viele leute verreckt das ist ja vielleicht sogar zu wissen dass vielleicht nur noch einer eventuell zwei die geschwächt sind wo sind die von rechts da stehe ich gerade 40 45 rechts vom wasser oder sowas genau da stehe ich aber ne ich laufe 100 zum ausgang ich warte kurz bis du da bist halt schaffen wir sind für minuten doch schaffen lol was habe ich mich doch nicht verhört hast du das ja ich habe immer geschossen lol ich habe dich habe ich dich gerade erwischt mit mein gewehr komisch dass der nicht direkt verreckt ist ey das das da waren echt noch andere spieler oder das sind immer noch andere spieler ja aber was 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 machen die denn da hinten was sind das für low bobs ganz ehrlich ich weiß es nicht keine ahnung die sind ja noch beschissener drauf als wir noch beschissener drauf als wir ganz ehrlich ja weil wir haben die runde aber schon voll verkackt irgendwie mit dem spiel gut du hast zwar kill gemacht und wir aber ich war irgendwie dann irgendwann nur noch sandwich mäßig immer auf die fresse bekommen äh ne was machen die denn da ganz dahin keine ahnung vor allem dass die uns da auch wieder sehen ne die haben beim schlechter anscheinend nichts gemacht haben auch blödsack keine hinweise geholt vom meuchler was zum teufel dick beses nisch aber anscheinend verfolgen sie uns nicht weil sonst hätten ja schon paar mal geschossen ja keine ahnung die gehen wahrscheinlich jetzt oben raus die denken sich das sind vielleicht in einer weise vernünftig dass sie jetzt nicht denken oh noch spiele die müssen wir noch killen in fünf minuten sondern das auch sagen ja komm lass lieber raus gehen ja da wo geht es nicht jetzt raus natürlich ich verkackst gerade so richtig ja wo ist der kack ausgang kriegen wir rechts jetzt ja hallo ach da ist die kutsche ich gehe aber auf die andere seite ja ja ich möchte noch stecken gott und ist echt noch angeschossen Ja, ja, gerade eben Schatten noch jemand Alter Werden wir jetzt noch verreckt? Boah, das ist jetzt Jetzt hätten wir uns extra gesagt, gut, gehen wir raus Um zu überleben und dann Und dann noch ein Hatcher, ey, boah, das ist ja hart gewesen Ich weiß nicht, die Runde, die war Ganz, ganz, ganz Das ist aber so lustig in dem Spiel Jede Runde ist komplett anders Unfucking fassbar Ich frage mich nur, was die gemacht haben Und wo die Bahn war, wenn du überlegst Oder das war vielleicht noch ein anderes Team Das war vorhin da war Wo auch nur einer verreckt ist Und dann gewartet hat, bis die anderen weg sind Und den dann geheilt hat Und bis ich dich geheilt hab, dann sind wir bald auch weggelaufen Genau, und die wollten vielleicht oben rausgehen Oder so Weil ich hab ja nur den einen gekillt Den, wo wir gesehen haben Und vielleicht war der andere Irgendwo noch im Walden, hat sich versteckt Oh, Alter Das war kein Sinn Weil die Fläch verbrennen sollen Naja Ich hab mich ja noch nicht getraut Die Leiche, ich hab keine einzige Leiche gelootet Gar nichts, Alter Die Runde war eigentlich richtig schlecht Das war alles ein Wunder, dass ich überlebt hab Ich bin ja zweimal verreckt Und keine Kills Ich hab nicht mehr jemanden angeschossen, glaube ich Ich hab's noch versucht, aber Ah, drei Kills, okay Ja, okay Vom Level her war's ja richtig kacke Toll, drei Level aufgestiegen Ganz schön bitter, ja Gut, das dauert zwar jetzt ein bisschen länger Weil mein Schulz nicht hochrangig Aber vier Hinweise, ne Ich hab keine Ahnung Merkwürdig Ja, also die Runde, die wir jetzt irgendwie Dann ist es ja immer noch mein Low-Bob-Charakter Denk dran, dir jetzt zu heilen, ne Ja, ja, gut, dass du sagst, ja Na gut, aber da würde ich sagen Vielen Dank fürs Zugang Ja, danke fürs Zuschauen Und wir sehen uns in der nächsten Folge Bis zur nächsten Folge Ciao Tschüss